lieben zu einer weiteren folge let's clash of clans mit mir dem ja toto ich bin heute mal auf dem toto dorf da auch nicht schlecht auf meinem rathaus achter denn ihr habt ja im bildchen gesehen tatsächlich triple night so habe ich das mal genannt denn ich habe von freitag auf samstag glaube ich in der nacht also es war schon wirklich sehr sehr spät habe ich gedacht torsten samstags hast nicht so viel zeit da haus mal alle seine angriffe hier raus mit den kleineren accounts und ich glaube ich habe sogar ja ich habe sogar einen angriff auch mit meinem rathaus zwölfer gemacht und alles trippel ich habe alles drei sterne geholt ich meine das ist jetzt eine totale it's ego folge aber das passiert mir auch nur einmal im jahr es war jetzt nicht weihnachten und ostern auf einem tag oder finksten und ostern heißt es glaube ich immer auf einem tag nein es war ein ganz normales cash wochenende und ich hatte ich war wirklich mit ziemlich vielen accounts in klankriegen unterwegs auch angefangen hier ich glaube der zwei socken auch ich glaube der hat auch drei sterne geholt mein rathaus elfer ist leider nicht dabei gewesen der hat es den ersten tag später gemacht könnt ihr den live stream nachschauen und aber ich fange heute einfach mal mit mit dem mit dem account hier an denn ich habe mal wieder eine truppen kombination genutzt die ich im rathaus achter bereich jetzt auch schon länger nicht mehr genutzt habe aber wir gucken einfach mal rein und in den letzten klankrieg dann fangen wir ganz ganz unten an und kämpfen und so ein bisschen nach oben durch ok gehen wir mal rein in einem max rathaus achtdorf also ich war mit dem achter hier in dem klankrieg dabei muss auch zwei achter machen also die 20 und die 19 waren meine bases und so ungewöhnlich ist eigentlich gar nicht ich meine ist jetzt ein gohawk muss man ganz klar so sehen also golem ein paar magier und ein paar hockrider ich bin extra ich gehe eigentlich immer ganz gern der klanburg entgegen allerdings habe ich das dieses mal hier im rathaus 8 bereich nicht so gemacht da wollte ich das mal ein bisschen anders machen habe ich gedacht du nimmst du lässt mal bowler erst mal bowler weglassen denn alle neuner alle achter wollen oder bowler haben ist sicherlich auch eine coole truppe hier max bowler gegen art aus achter basis aber ich habe mir ein bisschen was anderes mal überlegt habe gedacht das kann ja nicht immer nur mit bowler gehen komme ich jetzt schon oben über den ersten flächenschaden also über dem margerturm mit den hocks rein denn ich wollte hier was ich habe ein ganz klares ziel hier verfolgt tatsächlich war mein ziel mit den hocks hier luft abwehren ich wollte die luft abwehren wir kriegen denn ihr werdet gleich sehen ich habe in meiner klaren burg einfach mal ein paar loons mitgenommen denn sobald die luftabwehren hier weg sind mit max loons hier sechs stück die lasse ich jetzt auch gleich hinten einfach raus da seht das ist schon mit sechs stück und die bogenschützen türme hier schießen vor allen dingen alles gegen gegen die hocks das war eigentlich sehr sehr gut gut der eine tesla da der macht jetzt auch ja der macht jetzt nicht so super viel schaden aber weil ich wusste ihr seht das ja wieder hier der klinge dieser nerv auf ging ich meine das ist sein radius aber er verfolgt ein ja viel viel weiter und er schafft auch alle meine hockreiter irgendwie habe ich ein bisschen geahnt muss ich sagen und naja außer luft da ist der king natürlich etwas nervöser beziehungsweise gegen luftruppen hatte halt gar nichts außer dass er ja glaube ich mal in einem clash of clans video nach einem lava welpen geschlagen hat aber das macht er auch nicht wirklich der kämpft da der kämpft gerade gegen den golem da an und das ist dann auch gewesen rest hier auch ein bisschen clean up luft clean up mit genommen da löst man natürlich immer mal gerne eine mienchen außen hast du deinen luft clean up nicht dabei bin ich eigentlich auch kein super freund von aber denke mal wenn du so ein zwei drei minions dabei hast und vielleicht einen davon verlierst oder zwei ist das nicht so schlimm als dass du jetzt vier bogies dabei hast die alle vom king erledigt werden und so mal eine ganz ganz andere kombi also ratus acht bereich das war dann mein zweiter angriff und ja ich war zu dem zeitung war schon gut zufrieden dass wir mit den wir hatten glaube ich nur zwei rathaus 8er basis zu machen dass wir nicht mit irgendeinem neuner drauf müssen also so kann man das eigentlich gar nicht mal so schlecht machen die luftabwehren sollten weg sein oder sie müssen nicht gar noch gar nicht mal ganz weg sein es reicht wenn die sage ich mal so ein kompart mit rausnehmen können der bogenschützen turm obenturm gerade mit der bombe noch mal danach dass das reicht dann schon wenn es die da nicht überleben aber okay habt ihr gesehen das war schon ziemlich knapp die hocks haben es gerade so gepackt aber wir gehen auf rathaus auf rathaus 9 und auch hier habe ich hocks benutzt im ersten angriff habe ich keine hocks benutzt aber da war die base auch nicht so stark wie diese base hier aber diese base erscheint nur stark denn wenn man genau hinguckt dann ist das eine rathaus 8 base ja da hat irgendjemand dem dunzillo erzählt er immer mal nicht alles ja mach mal nur alles rundherum max hier ihr seht das ja er hat ein bomben turm empfällt der zweite bomben turm ratus 902 bomben türme empfiehlt die vierte luftabwehr empfiehlt der vierte magierturm also das ist eine rathaus 8 base wo er nur die restlichen gebäude die er jetzt hat oder die gebäude die hat auf rathaus 9 niveau gebracht hat ihr habt das jetzt gerade gesehen mir ist beim queen wog die queen da etwas verrutscht ja ja also in elektro darf er jetzt auf einem auf eine level 17 queen soll man nicht schießen lassen aber egal glücklicherweise ging danach mein kleiner mein kleiner ein kleiner drache auf die queen hat die dann schon mal erledigt denn hier gab es ja überhaupt kein hier gibt es hat kein beschuss außer luft die ganzen gebäude hier dann mit king und dem pecker oder der pecker dame erstmal hier noch so ein bisschen außenrum gefandelt um dann natürlich auch auch hier wieder mit den hoggys hier rein zu gehen ist auch ein gewagtes spielchen denn natürlich hat er natürlich alle fallen und alle bomben auch auf rathaus 9 niveau aber es ist halt eine art der base muss man fairerweise dazu sagen jetzt teilen sich meine hocks da zwar aber ich glaube die heilzauber waren auch an der stelle war gar nicht mal so schlecht gewählt jetzt skellys noch einer hacken aber ich glaube ich habe noch einen einen gift zauber für die skellys dabei gehabt außen jetzt einfach mal den den ein riesen da gesetzt dass der den bombenturm da noch mal auf sich zieht klar wenn die bombe hoch geht ist sie natürlich trotzdem tut ihm ein hocks dann trotzdem weh nur den habe ich erst mal so ein bisschen zur ablenkung geschickt noch mal eine bombe da also in diesen freien feldern lagen immer hübsch die bäumchen für mich drin und edel der king in heilung das edel kann man nicht anders sagen es war so langsam unten dafür eine mauer braucht er stunden aber er ist halt in heilung und ist dadurch unschlagbar naja ein bisschen schneller geht schon ich glaube noch ein barbaren dabei aber ihr seht auch hier kann man das einfach mal so machen auch mal ein bisschen anders so habe ich das im rathaus 9 bereich jetzt schon länger nicht mehr gemacht dass ich als also ein queen walk oder queen charge eigentlich was ja was ein queen gemurkse genutzt habe um hier schlüsselfiguren rauszunehmen also king raus queen raus und clan book gelockt okay ist mir dann gestorben aber ich habe das noch irgendwie gerettet muss man dann auch irgendwie plan b haben den hatte ich dann kurze denkdenk minute wir gehen auf rathaus 10 hei hei und im rathaus 10 bereich ist mir endlich diese kombi hier gelungen da war ich da war ich so super super zufrieden obwohl der angriff nicht ganz so nicht ganz so lief wie es mir eigentlich vorgestellt hatte denn wenn ich gleich die queen zücke also hier erstmal mit dem baby drachen so ein bisschen gefandelt ganz komisch über meine heiler irgendwie so über der queen so die waren so ganz ganz komisch gesetzt da aber ich konnte sie nicht weiter außen setzen und jetzt habe ich eigentlich gedacht dass die queen in die mitte reingeht also dort zum großen lager wenn ich da außen den elexer weg mache aber die bomben da bouncen jetzt ein bisschen die bouncen nicht weit genug verstehe ich eigentlich gar nicht mein das lager ist jetzt weg platte und dann ist es das elex lager gewesen okay also auch hier muss ich wieder einen kleinen plan b zücken glücklicherweise gegen nichts auf meine heiler also hier weiter gefandelt denn die queen musste rein in die mitte um die gegnerische queen vor allen dingen da so ein bisschen weg weg zu bekommen die ist ja nur noch relativ weit weg da habe ich auch gedacht aber wie kommst du jetzt noch an die queen ran naja egal sprung hier gesetzt irgendwo musste ich da jetzt ein bisschen weiter kommen nach rechts nach links und mein king habt ihr gerade gesehen fandet hier richtig richtig gut klar wird jetzt der ein oder andere sagen toto der hat keine infernos ja weiß ich das muss man sich dann zunutze machen das weiß ich aber dennoch ist es eine ziemlich starke 10er base helden sind jetzt auch nicht gerade so niedrig also es ist kein 10er king und 10er queen hier drin sprung ja der war jetzt ich weiß gar nicht ob ich weiß gar nicht ob meine queen überhaupt gesprungen ist aber lun vorweg gesetzt slammer hier ich weiß ich habe auch noch vier luftabwehren vor mir das ist aber nicht schlimm ihr seht das hier der slammer geht richtig gut durch queen macht gerade so noch die luftabwehr das passte hier wie die faust aufs auge oder wie arsch auf ein eimer sagt 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 man ja auch jetzt habe ich die queen gezündet damit ich die gegnerische queen bekomme bevor die anfängt auch meine loons an zu visieren und außen jetzt mit den nächsten loons gekommen babydrachen immer schön dann ein bisschen verteilt die brauchten auch gar nicht mal so in ihrer wut aura sein die machen auch auch so machen die genug schaden und haben auch genug hielpunkte ich habe sie jetzt auch mit den zehnern hier auf level 4 also auf max level für ein rathaus 10er und endlich ist mir diese diese kombi mal gelungen ich meine okay da gibt mir jetzt noch ein baby drauf weil die luftabwehr noch nicht weg war da hat die queen ein bisschen länger wieder für die mauer gebraucht aber ihr seht dass wie viele drachen jetzt über sind und ich war wirklich happy dass mir diese kombi jetzt endlich mal gelungen selbst jetzt auch öfter mal geübt mit meinen beiden rathaus 10er accounts und na war ich auch echt froh dass das ding mal was wurde also es klappt doch die base muss aber immer passen ja viele haben das auch geübt nachdem ich die folge gezeigt hatte wo klem klem uns ja ziemlich zerlegt hat aber es doch nicht am ende gereicht hat und seitdem übe ich diese kombi eigentlich immer so in jeder zweiten truppe um da so ein bisschen reinzukommen queen war queen charge sprung zauber und so weiter aber ich war echt froh dass ich das gemacht habe und wir überspringen aber jetzt rathaus 11 und gehen jetzt auf das rathaus 12 und doch mal am ersten tag das mache ich eigentlich auch sehr sehr selten habe ich mit dem torsten angegriffen meistens greife erst am zweiten tag an um mir viele bases noch mal in ruhe anzugucken und erst mal zu gucken was machen die unter uns also unter und 12 war und aber hier ich hatte glaube ich ja schon in dem video vorher gesagt oder im live stream auch gesagt dass einige gegner die gleichen basis gehabt haben und hier unten angefangen mit baby nicht mit baby da haben mit ice golem und nur der queen hier das rathaus erst mal geholt also minimale truppen truppen auf aufwendung hier nur um erst mal das rathaus zu bekommen dann ging es hier oben jetzt gleich weiter deswegen bin ich jetzt auch schon hier oben das heißt also über diese ecke kommt mein slammer mit elektro drachen und loons darin der feger steht hier optimal der fegt nämlich gar nichts und der fegt hier leider auch nichts da unten das heißt also ziel war natürlich hier den inferno rauszunehmen und natürlich noch ein paar defensive gebäude klo zauber reingeballert einmal den 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 wut mit dazu und ja dann ist das auch keine ist es auch keine gefahr hier der drachen lebt jetzt noch relativ lange beziehungsweise also meine elektro drachen und macht ihr jetzt schon mal tote gebäude weg das heißt der panel war schon mal perfekt hier ging es jetzt mit lufttruppen weiter und king läuft außen mit rechtzeitig den king zünden wenn er solche bases habt ihr ja vor allen dingen außen damit euch die ganzen drachen nicht oder einige drachen nicht nach außen fliegen haben wir glaube ich am wochenende auch gesehen im stream dass das auch vorkam denn einige haben ja diese base angreifen dürfen und da ist es nämlich vorgekommen dass der drache nach außen geht ich hatte hier unten natürlich ein bisschen glück noch mal multi inferno den single hier weiß gar nicht über den weg gefrostet habe ich glaube ich habe immer den single gefrostet denn der war dann auch mal nett auf den elektro drachen drauf und dann nicht nicht den den hier genommen aber jetzt habe ich noch ein fries da ist der schon mal weg und ja immer noch ein fries über den habe ich glaube ich da hinten beim x bogen genommen ich glaube der x bogen macht von den ganzen defensiv gebäuden dann am meisten und am schnellsten schaden hier dann schaffen die das auch gerade noch so daher und tatsächlich 8 19 und den zwölfer den elfer habe ich dann tag später im trippel ja nicht verewigt jetzt in dieser nacht das war dann leider schon eine nacht später aber da müssen die live stream schauen das ergebnis bin ich euch auch noch schuldig das weiß ich jetzt noch nicht der ck ist noch nicht ganz aus und das reiche auch auf jeden fall nach ich war ja am wochenende im stream in einem sogenannten geburtstag stream dort haben wir etliche angriffe auch gesehen und aus den verschiedensten rata stufen live oder nicht live hat auch das war so ziemlich ich glaube ich konnte so ziemlich alles live gucken es war es war so gut es war so gut wie keine wiederholung dabei und 40 31 haben wir den auch ziemlich stark dominiert weil sie halt sehr sehr häufig diese base hatten hier und aber wie gesagt am wochenende war dieser geburtstag stream vom hanky der gamer hanky ist ein twitch streamer und es wurde eingeladen da es waren auch schöne viele leute da aus clans die ich auch kenne es waren auch leute da gegen die ich gegen die ich schon gespielt habe mit denen ich schon gespielt habe die ich auch im discord und so kenne also schon eine ganz ganz coole truppe und mal sehen aber ich denke mal auch dort werden wir gewinnen wenn euch die folge gefallen hat lasst man einen daumen nach oben da und verpasst nichts in dieser woche in dieser woche wird es noch mal spannend nämlich vor allen dingen am mittwoch könnte es etwas spannender werden denn dort mache ich mal was was ich auch noch nie so gemacht habe hier hat was mit clash of clans zu tun so ist es nicht also das sagt ganz gewiss bis dahin euer toto